Chemie ist eine fantastische Wissenschaft, mit der es möglich ist, die Welt um einen herum viel besser zu verstehen. Ganz viele Grundschullehrkräfte haben ein bisschen Angst vor der Chemie und der Physik und es ist so schade, weil es so viele Phänomene bietet, die die Schülerinnen und Schüler ganz doll begeistern. Also überhaupt verschiedene Stoffe zu erkunden, dass Stoffe sich unterschiedlich verhalten, dass sie ganz unterschiedliche Eigenschaften haben, dass sie ganz unterschiedlich reagieren, was da genau passiert. Das ist für Schülerinnen und Schüler eine unglaubliche Motivation. Da wollen wir gerne unsere zukünftigen Chemielehrkräfte hinbringen, dass wir hier eben auch so arbeiten, dass sie diese Begeisterung spüren können und weitergeben können an ihre Schülerinnen und Schüler. Besonders gut im Studiengang gefällt mir, dass wir halt einen sehr engen Kontakt zu den Dozierenden haben, dass wir auch die Möglichkeit haben wirklich mit Schulklassen hier direkt zu arbeiten und wir auch Dinge weiterentwickeln können. Also wir können kreativ sein, aber wir haben nicht nur eine Chance dazu, sondern können auch wirklich uns weiterentwickeln und darauf aufbauen. Das ist wirklich ein Erfolgserlebnis und macht Spaß. Was nicht unbedingt nötig ist, ist, dass man jetzt schon perfektes Wissen mitbringt, aber eine gewisse Begeisterung, die einen eben motiviert, über Jahre sich auch mit einem Fach zu beschäftigen. Der Studiengang ist sehr praxisbezogen. Wir haben im Bachelor auch schon zwei Praktika und jetzt im Master haben wir über ein halbes Jahr Praktikum und dabei wird man halt perfekt wirklich für das Refendariat vorbereitet. Und gerade hier an der Leuphana ist es eben auch so, dass wir kleine Studierendengruppen haben, dass wir viel Tutorien auch anbieten. Die Atmosphäre hier in unseren Seminaren und Vorlesungen ist ziemlich familiär und auch angenehm. Man ist hier halt nicht nur einfach eine Nummer, sondern wirklich eine Studierende mit Namen und ich fühle mich hier deswegen auch sehr gut aufgehoben. Also sowohl in den Studienseminaren für die Referendare als auch später in den Schulen gibt es im Moment einen Mangel an Chemie-Lehrkräften. Das heißt, ich kann mir eigentlich auch dann aussuchen, wo ich dann hingehen möchte. Für diejenigen, die sich für diesen Studiengang interessieren, würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, dass sie an Schülerinnen wirklich interessiert sein sollten und natürlich auch am Fach Chemie. Das heißt, ein fachliches Interesse sollte da sein. Wenn Sie neugierig geworden sind, bei uns Chemie-Lehramt zu studieren, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie sich bei uns beraten lassen und Sie sind wirklich herzlich willkommen.